Hallo, im Sportstudio bei Sarrals. Heute spannendes Spiel gegen TV Neuhauser. Sie als Trainer vom TSV Beirat. Was ist heute das Ziel in diesen 90 Minuten? Mit guter Vorbereitung als Kids. Ich hoffe, dass wir jetzt umsetzen können. Dass wir die Zeit gleich schon im Training den Punkten umgenutzen. Das sind so hochrichtige Spiele. Das ist klar und deutlich freundlich. Vor allem, dass man hinter dem Stand jetzt in Verbindung mit dem Mittelfeld ist. Dass man da eine Einheit ist und das Ding deutlich fühlt. Wie sieht das Spiel aus? Gibt es da zum letzten Freundschaftsspiel irgendwelche Veränderungen? Oder möchtest du da jetzt noch nicht Stellung nehmen? Kurz vor dem Spiel. Ich glaube der Gegenstelle zusammen. Wir haben zwei Freunde drunter genommen. Die Pfeife haben wir rausgenommen von der Aufstellung. Und ein paar Schlechtere, die man reingebracht hat. Nein, aber ich denke mal. Die suchen heute schon Schaudler. Das wird schon passen, ja. Ist das ok? Danke schön. Ich muss alles sagen. Ja, danke schön.